Wir befinden uns in der Bezirksstelle Göttingen der Ärztekammer Niedersachsen. Wir kümmern uns um die Weiterbildung, die Fortbildung der Kollegen, haben hier das Meldewesen, dass also die Kollegen, die sich durch Umzug hier neu anmelden oder auch ehemalige Studenten, die dann Arzt geworden sind, sich hier in der Bezirksstelle anmelden können. In erster Linie werden alle Angelegenheiten, die MFA betreffend und der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen bearbeitet. Also es ist viel Telefonate durchzuführen, viel Büroarbeit, aber es sind auch genauso Besprechungen mit allen Mitarbeitern und Sitzungen zu organisieren und zu planen. Die Fortbildungen in Göttingen und Umgebung müssen organisiert und geplant werden. Die Bezirksstelle gibt es, um auch die Kollegen vor Ort zu repräsentieren. Also Lokalität mit einzubringen. Die meisten arbeiten ja hier im Raum Göttingen, 4000 Kollegen, die zur Bezirksstelle gehören. Und da hat sich das so eingerichtet, dass wir elf Bezirksstellen in Niedersachsen haben. Ja, unter anderem, indem wir Fortbildungen anbieten, organisieren und durchführen. Selber auch das sogenannte Leinetal-Forum, jetzt dieses Jahr zum dritten Mal mit großem Erfolg durchgeführt. Ich glaube, allgemein muss man die Tätigkeit des Arztes auf dem Land attraktiver gestalten. Andererseits kann ich auch sagen, soweit ich das weiß, dass hier im Raum Göttingen die Landarztpraxen immer auch wieder besetzt werden können. Also die Kollegen lernen die Tätigkeit häufig durch Praktika und Tätigkeiten in Vertretung schon mal kennen. Und dadurch gewinnen sie auch Kontakt zur Bevölkerung. Und soweit ich es weiß, ist hier in Göttingen noch kein Problem aufgetreten mit der Nachbesetzung von Kassenarztsitzen. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass das so auch in dieser Form fortgesetzt werden kann. Also Kontakt zu den Kollegen vor Ort, Ärztevereinen und entsprechend, wir haben Universität am Ort, haben mehrere Krankenhäuser, dass man dort weiterhin guten Kontakt hält und in Verbindung gerade mit den Ärztinnen und Ärzten bleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017